Sieht aus, als hätten Helene Fischer und Thomas C. Tell große Neuigkeiten, das Paar wagt anscheinend den nächsten Schritt. Im Video seht ihr die überraschenden Bilder. Seit er offiziell als Mann an Helene Fischers Seite gilt, ist sein berufliches Leben völlig aus den Fugen geraten. Als Tänzer, Akrobat oder Model wurde Thomas C. Tell schon länger nicht mehr gebucht. In ihrer ZDF-Weihnachtsschritt tauschte seine Liebste ihn sogar gegen einen Kollegen aus. Doch jetzt scheint sie endlich einen neuen Job für ihn gefunden zu haben. In den vergangenen Wochen wurden Helene und Thomas oft zusammengesichtet. Auffällig, die Schlagersängerin trug jedes Mal sportliche Klamotten, als ob sie auf dem Weg zu einer Probe wäre, und Thomas unklammerte einen dicken Büroordner, dessen Inhalt er wie ein Staatsgeheimnis hütete. Möglicherweise verbirgt sich zwischen den dicken Aktendeckeln ja eine Choreografie, die sich Thomas für ihre kommenden Auftritte ausgedacht hat. Arbeitet Thomas C. Tell jetzt für Helene Fischer? Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass er Helenes neue Choreograf sein könnte, denn der bisherige kreative Kopf hinter ihren akrobatischen Einlagen, Kale Kalei, beendete im März 2019 nach fast zehn Jahren die Zusammenarbeit. Eine freie Stelle und ein arbeitssuchender Freund, das passt doch perfekt, könnte man meinen. Und vielleicht dachte sich das ja auch Helene Fischer. Schließlich dürfte ihr klar sein, dass die öffentliche Aufmerksamkeit, die Thomas ihretwegen auf sich zieht, ein echter Jobkiller für ihn ist. Wer sollte ihn als Akrobaten anheuern und damit vom eigentlichen Star der Show ablenken? Noch im vergangenen Juli steckte Thomas, wie er im Interview zugab, in einer Findungsphase, ich selbst muss erstmal sehen, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll. Soweit bin ich noch nicht, doch nun sieht es ganz danach aus, dass die Lage sich inzwischen geändert und Helene einen Weg gefunden hat, wie ihr Freund seine tänzerische und akrobatische Begabung weiter einbringen kann nur eben nicht mehr auf, sondern hinter der Bühne. Helene Fischer, Kameraüberraschungen, Freund Thomas Sittel Beim Hit-Boom in Dortmund rühren Helene Fischer, Ex-Freund Florian Silbereisen, mit einem überraschenden Auftritt die Tränen. Die beiden ehemaligen Partner umarmten sich, erinnerten sich und lobten sich. Viele spekulierten bereits über ein Liebes-Comeback, aber das ist noch weit entfernt. Was viele Menschen über Helene Fischers Auftritt nicht wussten, war, dass sie nicht alleine zu einem Beraschungsbesuch mit Florian Silbereisen gekommen sind. Denn eines der ersten veröffentlichten Backstage-Videos enthüllt nun die vollständige Wahrheit, als Helene Fischer aus einem schwarzen Pfann steigt, tritt ein Mann in den Vordergrund, es geht um Thomas Sittel aus Eppertshausen, dreht sich um, dreht sich zur Seite, um nicht erkannt zu werden, aber zu spät.